13 Tätigkeiten Was macht Martha? Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet am Computer. Wo ist Martha? Im Kino. Sie schaut sich einen Film an. Was macht Peter? Er studiert an der Universität. Er studiert Sprachen. Im Kaffee. Er trinkt Kaffee. Wohin gehen Sie gern? Wohin gehen Sie gern? Ins Konzert. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Wohin gehen Sie nicht gern? Wohin gehen Sie nicht gern? In die Disco. In die Disco. Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern. Sie hören gern. Die solchezykoden. Sie hören gern. Das war das. Vielen Dank.